Bhagavad-Gita, 1. Kapitel, Vers 14 Auf der Gegenseite ließen sowohl Krishna als auch Arjuna, die auf einem großen, von weißen Pferden gezogenen Streitwagen standen, ihre transzentalen Muschelhörne erscheinen. Erklärung Im Gegensatz zu dem Muschelhörn, das Bhishmadeva blies, werden die Muschelhörne in den Händen von Krishna und Arjunas als transzental bezeichnet. Das Erscheilen der transzentalen Muschelhörner weist darauf hin, dass es für die andere Seite keine Hoffnung auf sie gab, da Krishna auf der Seite der Pandavas stand. Jayaastu Pandu Putranam Yejam Pakshe Janardhanaha Sieg ist immer auf Seiten derer, die wie die Söhne Pandus sind, da Shri Krishna mit ihnen zusammen ist. Und wann immer und wo immer der Herr gegenwärtig ist, dort ist auch die Göttin des Glücks, die niemals allein und ohne ihren Gemahl lebt. Daher erwarteten Arjuna Sieg und Glück, wie durch den transzentalen Klang, der aus dem Muschelhorn Krishnas erschallte, angedeutet wird. Außerdem war der Streitwagen, auf dem die beiden Freunde saßen, ein Geschenk Agnis, des Feuergottes an Arjuna. Und dies weist darauf hin, dass man mit diesem Streitwagen, wo auch immer er in den drei Welten gezogen würde, alle Feinde besiegen konnte. Und dies weist darauf hin, dass man mit dem Muschelhorn Krishnamen hat, 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 dass man mit dem Muschelhorn Krishnamen hat,